Wie er klatscht! Ich habe mir früher von Tomorrowland immer Videos angeschaut und habe die aber auf mal zwei gestellt. Ich sage euch, ich bin gestorben vor Lachen damals. Konnte nicht mehr. Es sah meiner Meinung nach so lustig aus. Konnte nicht mehr. Everybody, good job! Als hätten die alle so einen Anfall. Boah, der DJ. Die hat es richtig genossen. Die hat es so genossen. Er kriegt gleich so einen Anfall beim Drop. Alle auf Speed. Ey, es ist so geil. Wenn der Drop kommt, ich lief es. Es ist so lustig. Ich habe früher, ich saß, ich habe Tränen gelacht. Was macht sie denn da? Jo, wie filmst du denn? Guck mal. Was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Es ist so gut. Ahahahah! R-h-h-h-h! Rhymysterio ist auch am Stein! X1 Ehehehe! Äh, ok! Der neben Rhymysterio ist auch gut! UGHUH! Hahaha! Oh! Oh! Oh fack... Oh! Es ist so gut... Ahahahah! Oh mein Gott... Oh! Sie spackt komplett ab. Sie spackt komplett am Rad. Oh, Scheiße. Er schwitzt so. Sie springen an der Kruppe. Wie er klatscht. Ich schmeiß nicht weg. Oh Mann, Junge. Oh, Genuss pur. Das war die besten fünf Minuten meines Lebens. Oh, fuck. Ich habe Kopfweh vor dem Lachen.